Musik Kennen Sie das nicht auch, dass man plötzlich ganz woanders hin will oder was total Irres machen? Und dann, ehe man sich versehen hat, ist es auch schon geschehen. Eigentlich nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass ich sowas tun würde. Adios, Scheißkopf! Adios! Hast du dich verlaufen? Ja, kann sein. Und jetzt sprich mir nach. Los, komm, ich, deine fremde Freundin Marion, gestehe, dass alle Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, in ein komplettes Desaster geführt haben. Den habe ich geheiratet! Was ist mein Problem? Ich verspreche nie wieder, eine verdammte Entscheidung zu treffen. Wir lassen das Schicksal entscheiden, einverstanden? Folgen wir nun der Vogelkacke oder folgen wir nicht der Vogelkacke? Äh, Dali, ist Alaska schön? Na, wie läuft's? Diese Ladies sind echt, echt heiß. Ihr seid nicht die besten Freunde, die ich hatte, aber bestimmt die neuesten. Wer ist diese Person? Sie haben also noch nie einen Job gehabt. Welche Fähigkeiten haben Sie denn zu bieten? Keine. Im Grunde kann ich gar nichts. Doch, das Leben kann so hart sein. Es könnte schön werden. Ja, na klar. Oh, das tut mir leid. Hast du dir die Leid? Glaub mir, diesen Trepp wirst du garantiert nicht bereuen. bis Anyways. Bis jetzt. Bye. 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 headaches